Hätte nicht Halvor Egner-Granerröth etwas dagegen gehabt? Die Sportmeldung des Tages auf michaelssportecke.at In der Rohr-Air-Tour der Skispringer fand heute das Herren-Skispringen in Lillehammer statt. Und da gab es für Österreich ein sehr gutes Ergebnis. Auf dem zweiten Platz landete Stefan Kraft, der nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte. Überhaupt auf Platz 16 nach dem ersten Durchgang lag Manuel Vettner, der sich dank 138 Meter im Final-Durchgang noch auf Platz 3 nach vorne katapultierte. Vierter wurde Daniel Ciofenic. Nach dem zweiten Durchgang an zweiter Stelle lag der führende in der Rohr-Air-Wertung Halvor Egner-Granerröth. Und der Norweger konnte Stefan Kraft in der Entscheidung noch knapp abfangen. Somit bleibt er auch in dieser Wertung in Front vor dem Österreicher. Es wäre also fast ein Dreifach-Sieg für Österreich geworden.